Mein Name ist Christian Korf, mein Beruf ist Verkehrspilot. Mein Beruf fasziniert mich eigentlich die Teamarbeit, die Technik, das Fliegen selber und dass man keinen 0815 Job hat, sondern nie weiß, was einen eigentlich erwartet. Dadurch, dass ich viel unterwegs bin, fehlt mir die Zeit vor Ort, meinen Versicherungsgeschäften nachzukommen. Deshalb habe ich nach einer einfachen Lösung gesucht, mit meiner Versicherung in Kontakt zu treten. Hallo Herr Korf! Die Helvetia bietet neue Videoberatungen und so kann ich den Kunden überall auf der Welt erreichen und optimal beraten. Bei der Helvetia überzeugt mich einfach, dass ich online mit meinem Kundenberater Termine abmachen kann und Videogespräche führen kann. Auch wenn wir nicht am gleichen Ort sind, wir haben trotzdem einen persönlichen Kontakt und eine individuelle Beratung und das ist mir wichtig. Die Vorteile der Helvetia Videoberatung sind ganz einfach die, dass ich von unterwegs aus bequem meine Termine erledigen kann. Der hauptsächliche Vorteil der Videoberatung sehe ich dort, dass es die einfache Lösung für den Kunden und für mich ist. Ist gut! Alles tipptopp! Der Vertragsabschluss wird digital tätig. Der Kunde kann direkt am Smartphone unterschreiben. Tschüss und bis demnächst! Adieu! Adieu! Die Videoberatung ist eine Ergänzung zur persönlichen Beratung. Mein Fazit der Helvetia Videoberatung ist, dass ich Zeitersparnis von unterwegs habe, flexibel meinen Termin nachkommen kann und somit kann ich diese Lösung auch wirklich jedem empfehlen. Semplice, Chiaro, Helvetia. Alles, L.A. 1 G- 3 3 2 4